Willkommen bei profischnapp.de im Schnäppchenkeller. Heute zeige ich Ihnen ein ganz besonderes Edelschnäppchen. Und zwar zwei gleich große Sofas. Das zweite steht da hinten hochkant. 130,78. Beide Sofas sind in Leder Longlife Z73,54. Und sie sind nicht gleich groß. Weil das hier ist das kleine mit 1,64 Meter. Und das ist größer mit 1,88 Meter. Ein Kundenstern. Und was heißt das? Kunde bestellt, Gruppe wird produziert, aber nicht geliefert. Denn sonst würde ja die Verfügungsgewalt beim Händler liegen. Wir kaufen aber direkt beim Hersteller. Das heißt, Willi Schillig hat die Gruppe nicht geliefert. Sie war aber fertig gepolstert. Und deshalb konnten wir sie zum Schnäppchenpreis erwerben. Nun, eine Garnitur für Best-Ager. Denn sie sitzen hier bestens drin. Haben einen Hochlehnenkomfort. Sitzen schön aufrecht. Wir haben hier auch eine Stütze drin. Einen Federkern im Sitz. Ein pflegelechtes Longlife Leder. Und sie können auch beim kleinen Sofa locker liegen. Beim großen natürlich noch besser. Also die Sache ist rund. Schön leichte Form. Dünne Armlehnen, deshalb wenig Platzbedarf. Auch nicht so tief das Ganze. Hinten auch mit Leder bezogen. Alles drin, alles dran. Und jetzt zum Preis von 1.750 Euro bei uns hier käuflich zu erwerben. Abholpreis, Lieferung 199 Euro. Mir ist am liebsten, Sie setzen sich ins Auto, bringen Ihren Hänger mit oder ein Buschen, schnappen die Garnitur rein damit, legen 1.750 Euro auf den Tisch und sind glücklich. Sie sind glücklich und ich bin glücklich. So, das war genug. 130,78 Euro. Schnäppchen für Sie. Schnappen Sie zu. Oh, danke schön. Ihr Lutz Reinhardt. Und tschüss.